Was sind das alles für Leute? Ah, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheichermatt. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Schaden. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Amatt. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ist alles okay? Ja. Ja. Ich meine, Aiden scheint sehr nervös zu sein, aber... ...wird schon gehen. Wird schon gehen. Pass gut auf. Keiner darf Verdacht schaffen. Ich muss das aber schnell machen. weil ich nicht mehr so vieles bin, wie die Töne nicht zu sehen. Ich habe die Töne nicht in die Töne nicht zu sehen. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Schnell Aiden, es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Meste, du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, jetzt kann niemand mehr das Hauptjahr rüberreiten. Wir sind sicher. Pass auf, Aiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. Das ist ein Schalter, Aiden. Das klappt nicht. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Mach schon, Alden. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich! Ich kann nicht mehr viel... Okay, nicht bewegen. Sie kommen zu uns. Ich bin da. Ich bin da. Wir befinden uns an alle anderen. Ich bin da. 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 Wenn jemand hierher ist, was ich mit ihnen? Das ist der Fall. Das ist der Fall. Geh'n sieh'n 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 sieh' Untertitelung des ZDF, 2020 Jodie, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Gut. Ja, wir gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ich will dich nicht gehen. Jodie, du bätest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid, das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch. Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird mir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Ich bin dann. Untertitelung des ZDF, 2020